Ja, Mahlzeit miteinander. Heute ist Sonntag, der 5. Mai 2024. Ich glaube, orthodoxes Osterfest. Insofern frohe Ostern an alle orthodoxen Zuhörer. Aber es geht heute um lebenswichtige, ernsthafte, weltbewegende Themen Männer, Frauen und Bären. Also wer das nicht gehört hat, nur kann man sagen, mein Lieber, was wendest du dich jetzt so ein? Welchen niederen Boulevardthemen? Aber, 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 der Soziologe und der Historiker weiß aus allen Dingen etwas zu sehen, das interessant ist. Es gibt ja dazu zwei Haltungen. Die eine ist, das ist eine unbedeutende Bagatelle. Und ich möchte versuchen zu beweisen, dass es das nicht ist. Es sagt durchaus etwas aus. Andererseits, dass alle anderen außer mir, die es analysieren, falsch liegen. Selbstverständlich. Auch dies versuche ich mit dem Video zu beweisen. Aber worum geht es? Für die, die es nicht gehört haben. Was ist das denn hier? Jetzt habe ich ja noch Dreck hier am Schreibtisch. Also für die, die es nicht gehört haben. Die Reihenfolge darüber streiten sich. Die Deutschen, die ich kenne, behaupten, ja, das sei zuerst in Deutschland gefragt worden. Aber soweit ich es nachvollziehen konnte, gab es erst Straßeninterviews über dieses Thema in den USA und als Folge in Deutschland. Wobei die Reihenfolge eigentlich nicht wirklich wichtig ist. Mit einem, ein klein bisschen, glaube ich. Oder sagen wir mal, einen bestimmten Drall, den es auch gibt. Also es wurden, interessanterweise, in dem Video aus Amerika, oder sagen wir mal aus dem Englischsprachigen, ich nehme an, es ist aus den USA gewesen, sind nur Frauen zu sehen gewesen. Was ich nicht weiß, ist, ob man die Männer nicht gefragt hat oder rausgeschnitten hat. Auch, denn, oh Gott, jetzt muss ich den Punkt, die Frage, die gestellt wurde, war vornehmlich an Frauen in manchen Videos, also in einem Video nur Frauen, in einigen, in anderen Videos hauptsächlich Frauen, aber auch Männern. Die Frage, die gestellt wurde, wem würden sie lieber allein in einem Wald begegnen, einem Mann oder einem Bär? Und das, was die Gemüter so erregt hat, ist, dass 99 Prozent aller Frauen in den Videos, wo nur Frauen waren, gesagt haben, lieber einem Bär als einem Mann. Und, äh, interessanterweise, es gab auch ein, zwei Videos, in denen, sagen wir mal, zu einem Drittel auch Männer, und auch Männer sagten, lieber einem Bär als einem Mann. Nun gut, das versuchen wir einmal aufzudröseln. Zunächst einmal, es ist natürlich keine Bagatelle, auch wenn es nicht die Bedeutung hat, die die anderen ihm alle zuschreiben. Wo beginnen? Es gibt, wenn man so will, zwei Lesarten, und beide sind Schwachsinn. Ich fange mit der Rechten an, nicht, weil ich jetzt die Rechte zuerst dissen will, oder weil sie hier mein Hauptgegner ist, sondern weil sie die Kürzrezung widerlegen ist, und um den Schwachsinn aufzuzeigen. Von rechter und konservativer Seite, ich weiß auch lange nicht mehr, wo konservativ aufhört und rechts anfängt, das mag jeder vor sich selber gehen, das ist auch jetzt nicht hier nicht wichtig, ist das Narrativ folgendermaßen. Und ich glaube, weniger hat sich da so, ich muss auch sagen, für mich in einer enttäuschenden persönlichen Entwicklung seines Charakters, Sargon von Akkad, so war der früher als YouTuber bekannt, heute läuft er ja unter seinem eigenen Namen schon seit Jahren, Carl Benjamin aus dem Vereinigten Königreich, ein englischer YouTuber, hat dazu ein Video gemacht und blendete dabei ein, einen Film, ich glaube, einen leicht nachkolorierten, aus England 1901. Und da war nun zu sehen, ja, das waren eher junge Leute, so, was war, mögen die gewesen sein, 14, 12, also eher Kinder eigentlich, 12, 14, 15, 16 maximal, so in dem Dreh, und spann daraus, ja, weil die Mädels, sage ich jetzt mal, die darauf zu sehen waren, trugen alle sowas wie Kopftücher, wobei das nicht richtig wie Kopftücher zusammengebunden, eher als ob man sich so ein Handtuch über den Kopf legt, was sehr merkwürdig aussah und sagte, seine Schlussfolgerung war, er hat ja eine Entwicklung durchgemacht von einem klassischen Liberalen, heute zu einem, ja, ich muss es leider sagen, stark rechtsreaktionären, was ich persönlich sehr enttäuschend finde, aber okay, gut, das muss jeder selber für sich wissen, und sagte als Erklärung, ja, früher in, ich sage jetzt nicht der guten alten Zeit, das hat er nicht gesagt, aber das war der Unterton davon, Früher, da gab es klare Rollenverteilungen von Männern und Frauen und daraus erwuchs ein Gefühl der Sicherheit, so. Also ich glaube, zunächst einmal, da ist eine solche Aneinanderreihung und ich fange mal zunächst einmal mit dem Emotionalen an und komme dann zum Sachlichen, wo er einfach sachlich und inhaltlich falsch liegt. Das eine ist, also diese Behauptung, die Gesellschaft sei sicherer, wenn die Frauen alle Kopftücher tragen und klare Rollenbilder, die Frau am Herd, der Mann bei der Arbeit, also das könnte mir genauso ein Kalifatsimam sagen, wo ich denke, ja, und das sieht man ja zunehmend, dass sich Weltbilder über Männer und Frauen von Imamen und Rechten zunehmend gleichen, also ich habe das letztens, ging das so durch das Netz, dieses, wie ist der perfekte Mann, hat keine weiblichen Freunde, hat nur Sex zur Reproduktion, ich weiß nicht, lauter so Sachen und umgekehrt die perfekte Frau, das war dann auch so, also wo das Menschenbild über Männer und Frauen eigentlich, wo ich sage, das könnte jetzt auch aus dem Kalifat stammen. Das will ich aber beiseite lassen, das müssen Rechte mit sich selbst ausmachen, was sie da eigentlich wollen, dass sie gleichzeitig gegen etwas kämpfen, das eigentlich das bringt, das ihr Traum ist, aber das ist der ihr Problem, nicht meins. Viel interessanter ist, dass das, was Sargon von Akkad, Karl Benjamin sagte, schlicht und ergreifend, sowohl historisch wie sozialwissenschaftlich absolut in jeder Hinsicht, Käse ist falsch, totaler Schwachsinn. Zunächst einmal, es war schon befremdlich dort vor allem, das ist eine Arbeitergegend gewesen und wenn, also Frauen in Europa, also vor allem in Westeuropa, Osteuropa will ich, ist mir jetzt nicht so vertraut, aber nehmen wir mal Westeuropa, zu dem Deutschland, England, Frankreich, USA und so weiter ja gehören, haben im Jahr 1901, aus dem das Video sein soll und auch so dem Anschein hat zu sein, haben im Jahr 1901 nicht dauernd Kopftücher getragen. Das Kopftuch wurde auch nicht getragen aus Züchtigkeit, also nicht mehr im Jahr 1900 oder 1901. Das hatte man damals lange hinter sich, was die westliche Welt betrifft. Wie gesagt, Osteuropa, kann ich nicht sagen, will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber der wesentliche Grund, dass die Kopftücher, das ist so ein bisschen auch Linke, wie Volker Pispers, haben sich nicht entblödet, mal darauf hinzuweisen, ja, sagte er so sinngemäß, die Rechten, die wollen ja immer zurück in die Vergangenheit und wollen deswegen die muslimischen Kopftücher nicht und die Verschleierungen, aber, sagten sie, dann müssten sie ja auch gegen die Trümmerfrauen sein, weil, haha, die haben alle Kopftuch getragen, ja. Da ist sowohl Karl Benjamin als auch, weiß ich nicht, wer immer vom rechten Lager ihm da zustimmt und ebenso Volker Pispers von der linken Seite auf dem völligen Holzweg. Der Grund, dass in der Nachkriegszeit die Trümmerfrauen Kopftücher trugen, während sie die Trümmer beseitigten, lag nicht daran, dass sie in muslimischer Demut und Bescheidenheit sich sahen. Und das war auch nicht der Fall, wenn Frauen um 1900 oder zu anderen Zeiten, sagen wir mal ab dem viktorianischen Zeitalter, also sagen wir mal ab den 1800, man kann auch schon davor gehen, also ich meine, selbst in der napoleonischen Zeit, also wo wir am Anfang des 19. Jahrhunderts, sind die Frauen schon nicht mit Kopftüchern rumgelaufen. Zunächst einmal war es ein Unterschichtsmagma aus einem einfachen Grund. Das Kopftuch haben Frauen getragen, um ihre Haare sauber zu halten. Frauen hatten in dieser Zeit, dass Frauen oft auch kurze Haare trangen oder heute eher. Meistens ist ja erst eine Erscheinung der modernen Zeit. In der früheren Zeit war das allgemein unüblich. Die Frauen hatten im Allgemeinen lange Haare, wenn sie auch manchmal zusammengesteckt waren. Kurze Haare waren bis in die 20er Jahre eine Seltenheit in der westlichen Welt. Also war es ein Merkmal derer, die arbeiteten, der arbeitenden Frauen, die vor Dreck und Schmutz ihre Haare mit dem Kopftuch schützten, aus dem einfachen Grund, weil es weder fließend Wasser noch Shampoo gab. Das hat ja einen praktischen Grund. Wenn man langes Haar hat, je länger das Haar hat, umso pflegebedürftiger und pflegeintensiver ist es. Wenn man als Frau insbesondere sich, wie es in diesen Zeiten noch mehr üblich war als heute, über die Schönheit definiert wird und sie sich selbst definieren oder definiert werden, das will ich jetzt hier nicht auseinanderdröseln, und das habe ich zwar auch eine Meinung, soll aber hier nicht der Punkt sein, dann war das eine Frage der Logik. Wenn ihr Gemälde seht von Frauen aus der, weiß ich nicht, napoleonischen Zeit oder selbst auch noch davor, wartet ihr bei Mittelschichtsfrauen, wird man wahrscheinlich selbst in der Renaissance, wenn man irgendwelche Frauen, die in der Stadt, die dem Mittelstand angehören, weiß ich nicht, die Ehefrau des Bäckers, wenn die sich von einem Maler hätte malen lassen, wenn man sowas findet, findet sich sicher, dann haben die natürlich sich nicht mit Kopftuch ablichten lassen, denn Kopftuch, das war die Magd in der Küche, die, wie gesagt, aus rein praktischen Gründen das Kopftuch trug. Oder die Frau auf dem Feld, die arbeitete, weil man schmitzte ja dort und man musste auch das Haar, man ist ja mit Sensen und anderen sehr aktiv, also bewegt sich viel. Und wenn da ständig das Haar reinfällt oder so, das heißt, das ist einerseits ein Schutz, weil das wirbelt ja auch Staub auf und Dreck auf und diese Feinheit der Körner. Wenn man das alles in seinem Haar hat, ja, das ist in einer Zeit ohne fließend Wasser und Shampoo einfach die einzige praktische Lösung. Das hatte nichts mit Demut und Bescheidenheit zu tun und nichts mit dem Grund, warum im Islam Frauen Kopftücher oder andere Haarverhüllungen tragen. So. Also, sorry. Und dass Leute, die eigentlich eine von sich behaupten, gebildet zu sein über diese einfache Tatsache, für die man eigentlich auch nicht viel Gehirnschmalz braucht, um auch als Nichthistoriker drauf zu kommen, immer wieder dieses Märchen bringen, ja, die demütigen Kopftuchfrauen von früher. Nein, es ist kein Wunder, dass die Filmaufnahme, die Carl Benjamin gezeigt hat, aus einer Arbeitergegend ist, in der es vor Dreck nur so strotzte, der Staub auch überall war. Also man kann sich über den Dreck, gerade der Arbeitervorteil im 19. Jahrhundert und auch noch im frühen 20. Jahrhundert heute kaum eine Vorstellung machen. Natürlich bedeckten dort die Frauen ihr Haar aus dem einfachen Grund, weil, wie gesagt, fließend Wasser und Shampoo war bei diesen Frauen einfach nicht da. Das hatte keinen anderen tieferen Sinn, Herrgott. Kann man sich, bevor man irgendwas sagt, einfach mal informieren. Ich habe ja dieses Videomotto mal gemacht, ist es so? Ist das so? Und warum die Leute einfach und hinterfragt Dinge herausposaunen, ohne einmal innezuhalten, ist das so? Wie gesagt, also es braucht wirklich nicht viel nachdenken, dass man, weil es gibt so viele Porträts und Gemälde von Mittelschicht und Oberschicht, wo die Frauen keine Kopftücher tragen. Sie trugen manchmal Hüte, weil früher generell Hüte getrugen wurden oder Kopfbedeckungen bei Männern wie bei Frauen. Das ist ja heute außer Mode, wenn man jetzt, ja gut, also will ich jetzt nicht vertiefen, wenn ich da sicher ein Mode-Video mache. Aber das war ein Unterschichtsmartmal und natürlich machten das auch die Frauen in der Unterschicht, während sie arbeiteten. Meine Großmutter zum Beispiel, die hat noch Kopftuch ausgesetzt, wenn sie Küchenarbeit machte. Wenn die Küchenarbeit fertig war, hat sie es natürlich abgenommen. Auch die Trümmerfrauen arbeiteten ja mit viel Staub und Dreck und waren, wenn sie nach Hause gekommen sind, das Kopftuch abgenommen haben. Oder wenn sie nur zum Einkaufen gegangen sind, waren sie es nicht aufgehabt haben. Also das ist einfach totaler Käse. Das ist Quark. Abgesehen davon, dass, wie gesagt, diese Vorstellung, ja, die Frauen sollen sich in Rollen einfügen. Okay, wie gesagt, also das ist so ein bisschen, ja, also. Ich möchte nur dazu bemerken, dass den meisten Männern aus dem rechtskonservativen Lager nicht wirklich klar ist, welcher Schaden an ihrer Psyche durch das angerichtet würde, wenn sie in einer Gesellschaft des Jahres 1900, denn es war auch von den Männern keine angenehme Zeitung. Das ist auch ein Irrtum, den sowohl Rechte wie Linke begehen, in der Vorstellung, die Männer früher seien die Harten gewesen, toll, tolle Kerle und so. Nein. Es war seelische Kaputtmachung, was an Männern dort betrieben wurde mit dem, was damals der Fall war. Also ich verweise nur auf, man kann sich die Jugendgeschichte Friedrich des Großen mal zu Gemüte führen, wie zerbrechend für die Männer, Seelen von Männern, dass diese Art des, wenn man es denn so nennen will, patriarchalen Gehabes, die frühere Kultur war. Und kein Mann, der auch nur irgendwie halbwegs im Einklang mit seinem Inneren ist oder sein Inneres wirklich kennt, will eine solche Gesellschaft zurück. Und das ist umgekehrt auch der Vorwurf, der aus feministischer Seite kommt, dass sei so toll für die Männer gewesen. Nein, war es nicht. Männer in diesen Zeiten wurden in Kriegen verheizt. Die mussten, egal wie sie sich fühlten, die Pflicht erfüllen, die ihnen ein anderer auferlegte. Es war nicht lustig, das war keine Souveränität und auch sonst nichts. In irgendeinem Sinne von Männer erstrebenswert ist die, die nicht total wahnsinnig sind. Gut. Damit zur einen Seite. Zur anderen Seite. Nun kann man natürlich eines relativ klar sagen. Warum sagen Frauen, dass sie lieber einem Bär im Wald begegnen als einem Mann? Ich möchte dazu eine andere soziologische Geschichte zunächst als Beispiel bringen, das ich im Studium lernte. Das muss aus den 80ern gewesen sein, aus den 90ern. Spielt aber keine Rolle. würde wahrscheinlich, wenn man die Leute in einer Umfrage befragt, heute nicht groß anders sein. Also sowohl die Faktizität dahinter als auch die Beurteilung der Leute. Wenn man Leute befragte, so lernte ich damals in Soziologie, wer wird öfter Opfer von Gewalt? Alte, Frauen oder junge Männer? Dann haben ungeachtet des Alters und des Geschlechts die Mehrzahl in diesen Umfragen der damaligen Zeit gesagt, alte Frauen waren sehr viel wahrscheinlicher Opfer von Gewalt als junge Männer. Während die Realität spiegelverkehrt ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass in der damaligen Zeit, sagen wir mal, und jetzt auch, ich nehme mal bis 2000, wobei das heute vermutlich auch nicht anders sein wird. Ich weiß nur keine neueren Zahlen mehr. Die Realität ist genau umgekehrt. Also keine Gruppe wird so sehr Opfer von Gewalt wie junge Männer. Dann in zweiter Linie, wie überhaupt Männer. Männer werden sehr viel häufiger Opfer von Gewaltverbrechen im allgemeinen Sinne wie Frauen. Das soll es jetzt nicht bewerten, was schlimmer ist. Darum geht es nicht. Es geht mehr um die Häufigkeit. Das heißt, wir haben eine völlig verzarrte Wahrnehmung, die einfach davon herrührt und in unserer Vorstellung natürlich empfinden wir es als entsetzlicher, furchtbarer, wenn es auch nicht ganz gerecht ist, wenn eine alte Frau Opfer von Gewalt ist. Natürlich kann man sagen, die kann sich weniger wehren. Aber wenn man so ein Schlafhansel ist wie ich, nun will ich mich nicht unbedingt zum Maßstab machen, aber ich möchte sagen, eine Mehrzahl der Männer in unserer Gesellschaft und auch in der Gesellschaft vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren und vor 300 Jahren, die Mehrheit der Gesellschaft war zu keiner Zeit alles Muskelchats. Okay, das ist Quark. Das ist einfach ahistorischer Blödsinn. Also, weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht unbedingt Otto von Bismarck zitieren, als Beispiel bringen, nicht zitieren, als Beispiel bringen und auch viele andere. Die Muskulösität, das war etwas, was die Ärmsten der Schichten als Arbeiter entwickelten. Das war kein Wert. Nun kann man sagen, ja in der Antike oder weiß ich nicht, bei den alten Germanen oder so, bitte, in 2000 Jahre zurückzugehen, ist glaube ich kein tauglicher Vergleich. Nein, wenn wir die Moderne nehmen, also in den letzten 500 Jahren, war es in keinem europäischen Land Muskeln haben vom Männer etwas, das einen besonderen ästhetischen Wert oder sonstigen Reiz darstellte. Das kann man beklagen oder nicht, das ist nicht der Punkt, es ist einfach so. Es hat keine Kultur gegeben in den letzten 500 Jahren, in dem es ein Ideal eines gehobenen Männlichkeits gewesen wäre, ein, wie sagt man, ein Fitnessstudio-Körper zu haben. Nein, nicht mal im Dritten Reich. Jedenfalls, das ist mal das eine zu dieser Perspektive. Es kommt zunächst einmal, wenn man Frauen dazu fragt und interessanterweise haben auch da, wo einige Männer gefragt wurden, auch die Männer das gesagt, ja, der erste Punkt ist natürlich eine Frage der Arithmetik. Die Wahrscheinlichkeit, Männern zu begegnen, ist schlicht und ergreifend unvorstellbar viel größer als die Wahrscheinlichkeit, Bären zu begegnen. Würden wir in unserer Gesellschaft so viele Bären haben, wie wir Männer haben, ich glaube, dass weder Frauen noch Männer irgendwie auf den Gedanken kämen, zu sagen, ich möchte alleine im Wald lieber einem Bär begegnen als einem Mann, weil wir dann die Erfahrung hätten, dass Bären einfach unendlich viel aggressiver und gefährlicher sind im Schnitt als Männer. So, das heißt, es ist, weil diese Leute, vor allem die Frauen, in ihrem Leben noch nie einem Bär im Wald begegnet sind und auch keine Vorstellung davon haben. Nun kommt natürlich beim Bär noch ein zweites kulturelles hinzu, das ganz wichtig ist. Es hat in den letzten, ich will nicht sagen genau, wann es angefangen hat, weil man findet das schon in einigen Abbildungen des 19. Jahrhunderts, die Verniedlichung des Bären. Berühmt geworden ist natürlich der Teddybär, aber die Darstellung von Bären als etwas Niedlichem geht schon bis ins 19. Jahrhundert zurück und hat sich krass seither fortgesetzt. Also von, weiß ich nicht, Petsi der Bär über, also das ist die Darstellung von Bären als Niedlich oder weiß ich, Balu der Bär, der sowas Väterliches hat, aus dem Dschungelbuch, also dem Originalen wie dann dem 3D-Remake und also wenn ihr da forscht über die niedliche Darstellung von Bären, werdet ihr einen unendlichen Quell finden, der natürlich kulturell bei uns Menschen allgemein, vielleicht bei Frauen insbesondere, die Vorstellung vom Bär etwas als etwas A-Väterliches, das ist diese Balu der Bär-Figur oder etwas Niedliches, was natürlich mit realen Bären überhaupt gar nichts zu tun hat. Das ist weder jetzt böse noch verschwörend, noch, 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 es hat keine andere Bedeutung als dass wir einfach, das ist so ein bisschen, wir kennen ja Fabelwesen, weiß ich nicht, der Fuchs zum Beispiel, der mit Schleue list, aber auch der diebisch-betrügerisch gesehen wird, was man will, also das ist einfach Teil von jeder Kultur, Tieren bestimmten Eigenschaften, ob wir die alten Ägypter nehmen oder die, weiß ich nicht, Ureinwohner Australiens, jede Kultur hat ein Element, Tieren bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben und der Bär hat in unserer westlichen und unserer abendländischen Kultur traditionell etwas Gemütliches, der gemütliche, rundliche, harmlose Mann, der zwar stark ist, aber seine starke nicht im negativen Nutzt, also so etwas großväterlich-väterliches und dann in etwas späterer Zeit kam natürlich auch, weiß ich, Glücksbärche zum Beispiel, was ihr wollt, also die Zahl der Niedlichbären ist, und ich glaube, das war auch schon vor dem Krieg in der Tendenz da, das ist einfach ein kultureller Einfluss, der hier beobachtet ist und das Einzige, was man daraus schließen kann, ist, ich glaube, wenn man die Frage gestellt hätte, mit wem würdet ihr lieber allein im Wald begegnen, weiß ich nicht, einer Gruppe von Männern oder einer Gruppe Wölfe, da würde die Antwort mit Sicherheit nicht so stark ausgefallen sein. Vielleicht auch in der Tendenz, und das hat einen zweiten Grund, der ebenfalls rein arithmetischer Natur ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau Opfer von Gewalt durch einen Mann wird, ist rein relativ gesehen im Vergleich zu allen anderen Gewalt wie einer Frau, durch eine andere Frau, durch ein Tier, oder durch eine Naturkatastrophe, ist einfach unvergleichlich größer. Aus der Sicht einer Frau ist ein Mann per se das gefährlichste in der Welt. Das ist nicht, weil die Männer böse sind, sondern weil das naturell einfach so ist. Männer sind durch das Testosteron gewaltaffiner. Die Aggressivität von Frauen nimmt in der Regel andere Formen an. Ich will nicht sagen, dass Frauen die besseren Menschen sind, aber die dunkle Seite von Männern ist einfach eine andere. Sie ist eher physische Gewalt, während die dunkle Seite von Frauen andere Formen hat. Etwa der psychologischen Manipulation. Darüber gibt es auch genug psychologische und sozialwissenschaftliche Studien, dass wir das wissen. ehe mir jetzt hier einer kommt, das ist Käse. Sorry, nein, das ist die Wahrheit. Ist auch nicht zu bewerten, aber es ist halt klar, dass in den meisten vormodernen Gesellschaften und auch in den aktuellen modernen sehen wir das, ja, man muss es sagen, durch Leute, die aus Regionen kommen, die nicht die westliche Sozialisation haben, um es mal etwas vorsichtig zu umschreiben, ist die Gefährlichkeit der Bedrohung der Frau durch Männer ja wieder stärker geworden. Und aus dieser Schlussfolgerung kommt nun der doppelte Fehlrückschluss, weil man eben Bären als Petsi der Bär, als Glücksbär oder als Glücksbärche oder als Balur hauptsächlich im Kopf hat, als moderner Mensch. Ich will nicht mal sagen, als Großstadtmensch, denn auch auf dem Lande gibt es ja in Europa fast kaum mehr Bären. Also man hat mir mal einmal den berühmten Problembär. Ich weiß nicht, vielleicht in Osteuropa gibt es noch vielleicht einige Gegend, aber ich glaube nicht, dass es in Frankreich oder Großbritannien oder Italien oder Spanien nennenswerte Bärenpopulationen gibt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit auch, als wenn man als Dörfler irgendwo in einem dieser westlichen Länder lebt, Europas, irgendwann jemals einen Bären zu gehen, tendiert es gegen Null. Während Frauen Männer ständig begegnen und daraus ergibt sich natürlich, wie gesagt, wenn wir so viele Bären wie Männer hätten, wäre das Bild natürlich völlig anders. Das ist aber eine typisch menschliche Art, Fehlschlüsse zu machen, die nicht Frauen typisch zu eigen ist, sondern uns Menschen. Wir alle betreiben immer Fehlschlüsse aufgrund der Gefährlichkeit einerseits, weil wir, ich nenne noch einmal den Vergleich alte Frauen gegen junge Männer, subjektiv besondere Gruppen als etwas, das uns emotional sehr betrifft. Wir sind so erzogen. Warum jetzt ein 15-jähriger Junge, der halbtot geprügelt wird, deswegen weniger Mitleid verdient, da kann man mit Recht sich darüber empören. Es ist aber eine kulturelle Prägung. Es ist noch immer die patriarchale Vorstellung, ja als Junge, wenn man sich verprügen lässt, ist man irgendwo selber schuld. Das spukt immer noch in den Hinterköpfen herum. Und weil das so ist, gibt es halt diese Vorstellung, die bis heute wahrscheinlich in Umfragen genauso wäre wie in den 80er und 90er Jahren. Alte Frauen waren sehr viel öfter Opfer von Gewalt als junge Männer, was wie gesagt genau umgekehrt ist und zwar in krassen Ausmaße. Nun ist es so, tatsächlich werden Frauen sehr viel öfter Opfer von Gewalt durch Männern als durch Frauen oder durch Naturkatastrophen oder durch Tiere. Was ich jetzt nicht genau weiß, ist, ich würde vermuten, per se werden, was Gewalttaten betrifft, häufiger Männer Opfer von Gewalt als Frauen. Das ist aber jetzt etwas, wo ich keine Statistik drüber habe, wo ich aber relativ mir sicher wäre, denn ein Großteil der Gewalttaten ist, weiß ich, sowas wie Gangkriminalität oder Schläger unter Klicken oder anderes. Und natürlich gibt es den Bereich der häuslichen Gewalt, der, das sind auch jetzt wieder 90er-Jahres-Statistiken, da war noch deutlich, dass sie abgenommen hat, stark im Vergleich zu früheren Generationen, was nicht bedeutet, dass da sie, wo sie stattfindet, ich will hier keinen Einzelfall kleinreden, versteht mich, falls es geht hier um die Statistik, um das Gesamtbild, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch generell heute noch Männer sehr viel wahrscheinlicher Opfer von Gewalttaten werden als Frauen. Mit dem Hinweis, dass sich das zum Beispiel durch die Zuwanderung statistisch in den letzten 10, 15 Jahren natürlich geändert haben könnte. Da will ich jetzt nicht eine Wette darauf eingehen. Aber allgemein in Gesellschaften ist das immer so, denn ein Mann ist generell eher dazu geneigt, einen Konkurrenzmann in irgendeiner Weise in die Schranken zu weisen und auch weil Männer eben eher Testosteron-gesteuert sind, neigen Männer untereinander dazu, eher sich gegenseitig in die Fressen zu schlagen. Natürlich ist es, kann man sagen, weiß ich nicht, wenn man sagt, die typische Gewalt gegen Frauen ist oft auch sexueller Natur. Das ist vermutlich traumatisierender als eine Prügelei. Aber das sind gewichtende Sachen, über die ich jetzt mich hier nicht aus dem Fenster lehnen will. Ich will mich auf dem Boden bleiben, von dem wir sicher wissen. Ich kann ganz aus Sicherheit euch eines sagen, von einem Bär getötet zu werden ist alles andere als lustig. Es ist ein Tod, der sich oft über eine Stunde hinzieht und der Bär frisst einem langsam innerhalb einer Stunde bei lebendigem Leibe auf. Das ist Bärenattacke. Um das mal klarzustellen, nicht, dass man denkt, naja, der Bär schlägt einmal zu, da ist man tot oder so. Nee, das ist absolut nicht. Nun ist es auch selbstverständlich, um einen letzten Punkt hinzuzuführen, eine Gesellschaft, die von der Natur so entfremdet ist. Und das ist ja auch das, was wir gewollt haben. Wir haben ja Bären und Wölfe nicht ausgerottet, weil wir Bären und Wölfe per se vom Ansehen her nicht leiden konnten, sondern weil sie gefährlich waren. Und es ist auch schon relativ lange so, dass in Westeuropa und dann zunehmend auch in Osteuropa die Zahl von Wölfen und Bären immer weiter abgenommen hat, weil sie wurden bejagt, weil man fürchtete sie um sich als auch um seine Herden, Schafe, Ränder, was auch immer. Die wurden also als Bedrohung gezielt ausgerottet von den Menschen, weil man sagte, das ist eine Unbequemlichkeit, die wir um uns nicht haben wollen. Nun ist die Situation in den USA nochmal ein bisschen anders. In den USA haben wir nicht diese, wenn ich jetzt hier denke, weiß ich nicht, Berlin im Grunewald zum Beispiel. Ja, also ich glaube, wenn mir da ein Mann entgegenkommen würde, ich weiß nicht, ob sich da irgendjemand fürchten würde. Minus natürlich der Einschränkung, dass die Dinge, wie gesagt, durch die Massenzuwanderung Männer aus einer Kultur hergekommen sind, die einfach anders, eine andere kulturelle Sozialisation haben. Das ist einfach wahr. Objektiv wahr. So. Und das will ich nicht beurteilen. Ich bringe nur die Botschaft als Wissenschaftler, okay? Liebe Google, YouTube, Wächter. Jedenfalls ist es in den USA, wie gesagt, etwas anders. Dort kann man sich in großen Wäldern durchaus verirren. Ich gebe zu, wenn ich zum Beispiel in den Appalachen dort den berühmten Appalachian Trail laufen würde und ein einzelner Mann mir entgegenkäme, ganz frei von Angst wäre ich auch nicht. Denn da das eine, man ist weit ab der Zivilisation, vernünftigerweise geht man diese Wanderung nur als unglaublich erfahrener Mensch und auch als unglaublich vitaler Mensch alleine, weil das ist wie gesagt eine Riesengegend, bis man dort in der nächsten Polizeistation, im nächsten Krankenhaus oder das nächste ist, ist extrem weit. Darüber kann man sich als Europäer schwer eine Vorstellung machen. Und es gibt genug Berichte, gerade über Verrückte in diesen Gegenden, in den USA, dass man mit Sicherheit auch einiges Recht hat, wenn plötzlich fremde Leute vor einem stehen, ob in der Einzahl oder in der Mehrzahl man nicht ganz unberechtigt ist, da erst einmal unsicher zu sein. Das ist bedauerlich, aber es ist eine, in Anbetracht der Tatsache, was gerade im Bereich der Appalachen teilweise im Fabelbereich ist, aber teilweise auch mit Sicherheit Dinge passiert sind, durchaus berechtigte Ängste ist, dass man sagt, okay, da ist ein Mensch durchaus etwas Gefährliches. und nun mag es traurig sein, dass man sagt, wenn eine Frau im Wald ist, allein spazieren geht und da ist ein Mann, der auf sie zukommt und die Frau kehrt um, das ist zwar sicherlich eine, wo man sagt, ja, was soll denn das, es ist ja traurig, lauf doch hier nur spazieren. Aus Sicht der Frau ist das aber eine nachvollziehbare Reaktion. Denn wie gesagt, auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht hoch ist, sind Männer einfach physisch stärker. Was mit dem Bär das nicht besser macht, denn ein Bär ist unvorstellbar viel schneller, stärker und brutaler und robuster. Die Chancen, sich gegen einen Mann zu wehren, sind, wie klein sie auch immer sein mögen, für eine Frau immerhin noch da. Die Chance, sich gegen einen Bären zu wehren, ist null. Null. Insofern ist es eine Aneinanderreihung historischer und sozialwissenschaftlicher Dinge, die wir daraus interessanterweise schließen können. Was man jetzt aber daraus schließt von linker Seite, da seht ihr das böse Patriarchat. Die Männer sind lieber mit dem lieben, netten Bär zusammen, als mit euch bösen, patriarchalen Männern. Das ist natürlich genauso Schwachsinn. Oder der, der überhaupt der Schwachsinn, der hier aufgerufen hat. Wer da zuerst in die Kerbe geschlagen hat, weiß ich auch nicht. Aber keine der Schlussfolgerungen, ob von rechts oder links, hat irgendeine wirkliche Bedeutung. Sondern es ist eine, wie ich hier versuchte, aufzuzählen, Aneinanderreihung von Gründen, warum das so ist. Warum es auch eine gewisse Logik hat, also eine kulturelle oder eine psychologische Logik, nicht eine objektive Logik. Das ist klar. Denn wie eingangs gesagt, das ist, es kommt zuletzt auch, bricht sich herunter auf Wahrscheinlichkeit, auf Arithmetik, zu sagen, ja, wenn wir so viele Bären unterwegs hätten wie Männer, würde keine Frau diese Antwort geben. Ist auch klar. Ich habe auch so geguckt, wenn ich das so ein bisschen mir ansehe, wie die da lachen, die Frauen lachen meistens, wenn ihnen die Frage gestellt wird. Und da hat man das Gefühl, es ist auch zumindest im Teil, wie viel will ich jetzt nicht wagen zu beurteilen, klar, dass die Frage Quatsch ist und dass sie ihre Antwort auch nicht ganz ernst meinen. Es ist eher, wie gesagt, eine Instinktreaktion, die eben besagte Gründe hat, über die ich gerade gesprochen habe. Es besagt etwas, es ist durchaus nicht uninteressant, aber wie ich eingangs sagte, außer mir liegen eigentlich alle falsch in der Beurteilung darüber. insofern, ich hoffe, es hat euch etwas gebracht. Nun sind wir alle schlauer über Männer, Frauen und Bären oder vielleicht auch nicht. Jedenfalls hoffe ich, es hat euch etwas gebracht und nicht nur die Zeit geraubt und hoffe ich, wie immer, ihr bleibt mir gewogen. Alltag.